Glück auf und hallo, herzlich willkommen zu Combat Mission Blexi. Mein Name ist Tim und auch Hackbreaker und wir machen weiter mit unserer Mission Vanguard. Der Abschluss der Task Force 369er Kampagne. Wir haben uns beim letzten Mal entschieden, uns aus diesem kleinen Wäldchen eher zurückfallen zu lassen und den Gegner zu umgehen. Und werden jetzt den nächsten nach und nach auf die Hauptziele angehen, nachdem wir diese vorher aber erschreckend stark mit Artillerie zerschmettern wollen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so weitergeht und wünsche euch jetzt bei der Folge viel Spaß. Wir gucken einmal in den Rückblick das Intro und treffen uns gleich auf der Karte wieder. Legen wir los! Wunderbar, legen wir los und hoffen, dass die Performance uns auch weiterspielen lässt. Aber gerade geht es ja. So, wir werden hier, also sehen wir, die Befehle passen ja alle. Wir fallen hier zurück und werden jetzt hier oben weiter agieren. Wir können mal ein bisschen gucken, wie das mit Artillerie aussieht. Wir haben hier noch 36 Schuss, 10 Schuss, plus 2 HE Excalibur. Hier die Schüsse sind rausgegangen und die sind auch wieder ready. Das heißt, die Munition ist rausgegangen. Ich würde tatsächlich sagen... Gucken wir uns das einmal an. Also hier der Gebäudekomplex ist schon teilweise abgerissen. Und hier hat es ja dem auf die Mühle gegeben. Ja, nochmal gucken, dass wir da dem hinteren Teil nochmal einen drauf scheppern. Dafür haben wir ja hier unsere Spezialisten. Oh, noch ein bisschen Mörsermunition. Mal so. Heavy, Long, General und drauf. Einfach, weil ich davon ausgehe, dass der Kram besetzt ist. Okay. Pup, pup, pup. Hier haben wir mal Platz. Um die einzusammeln. Dass wir die mit nach vorne bringen. Der Jeep ist ja frei. Nehmen wir mit. Ansonsten... Dann warten wir hier noch auf die östlichen Kampfpanzer. Und werden dann hier einen Haken rumschlagen. Er ist ja statisch. Und von dort aus auch nicht unterstützen. Schade. Dann lassen wir mal ein bisschen rein scheppern. Ansonsten bringen wir jetzt hier... auf die Hecke unsere Bratleys nach. Und werden die dann später aus dem Bereich auch rausziehen. Hier das Reconnaissance-Vehicle bleibt da. Und bis die da sind, ist Weihnachten. Da ich das Geburt jetzt hier leider ruiniert habe, ist es auch als Ausbildungsplattform nicht mehr geeignet. Schade. Aber bin ich selber dran schuld. Die ziehen wir nach. Sehr gut. Wenn wir da einfach mal einen Schuss hingeben. Mal gucken, was passiert. Und damit würde ich sagen, lassen wir den Zug mal laufen. Irgendwas wird schon passieren. Ich füge meine Schuss. Ich füge. Wie sieht das Pfl solche da aus? Es geht ein wenig. Das ist eine Koffer-Marne-Arte, aber da und also ist der Koffer eine Flaschrechte nahe. Koffer und Skaffer. Wenn ich mit dem 1975 aus auf die Ratschrechte rauskontrolle losangeboden genauer. Das ist ein bisschen debtzum. Was ist das für eine Oller-Lette? Ich bin kein Mögel. Was ist das für die Ratschrechte? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nun gut, an dieser Stelle keine großen Überraschungen war zu erwarten Wir werden jetzt hier mal eben diesen Haken schlagen Dem ersten Fahrzeug Aber zum großen und ganzen war es jetzt hier keine wirkliche Überraschung Läuft alles soweit Hier in der Fahrzeuge halten Hier ist Support Ganz gut Können den noch mitfahren lassen Der geht dann hinter dem ersten Fahrzeug durch So, dass wir am Ende hier einen Halbzug Aus Panzerna Wir kriegen ja jetzt gleich noch zur Unterstützung Er hängt ein bisschen hinterher Aber er kommt ja nach Und ich denke, ihn können wir reversen Lassen ihn dann erstmal diese Position übernehmen Und ansonsten Mal gucken, wie es um die Helis steht Repairing 2 Minuten Okay Go to Spotter Hier kann man auch Adjust Mission Da können wir mal Diesen Bereich aufklären Allzu viel Überraschung Erwarte ich da aber nicht Ja, der B-Fist hat da drauf gefeuert Wir sehen hier Die Einschläge Leider ist die Front noch nicht zerstört worden Mal schauen Bevor die Infanterie angeht Werden wir auch auf jeden Fall zusehen Dass wir da nochmal kräftig mit dem B-Fist Dem Bradley's und dem Panzer Ein bisschen reinscherbeln Tatsächlich würde ich aber sagen Das Objekt hier ist gesichert Und Daher Können wir die Jungs aufsitzen lassen So dass wir da mit denen auch weitermachen können Ist gut gelaufen Finde ich gut Ich denke Object Bear angehen Wird auch kein großes Problem sein Das läuft glaube ich Und hier sind wir auch dabei nachzuziehen So dass wir von hier aus Object Tiger angehen können Baseline White haben wir genommen Fehlt nur noch Blue Hier haben wir Schützenlöcher entdeckt Werden wir mal drauf flanken Dann werden wir auf Faceline Blue angehen Mal gucken ob das jetzt in dem totalen Desaster ändert Aber eigentlich haben wir Genug Feuerkraft im Rücken Das sollte da jetzt noch ein Panzer auftauchen Wie jederzeit wirken können Wie jederzeit wirken können Die Games und sowas Mal schauen Mal schauen Ich gehe jetzt hier schon relativ aggressiv vor Mal gucken wie das am Ende läuft Ich gehe jetzt hier wohl Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 15, 15 Sekunden. Here it comes! Yeah, I got the Corbett. Shut up! Get off, all you! Engage you from the south-west. Engage you from the south-west. We got air! Get down! Engage you from the south-west. Request fire mission out. Take them all, let's go! In charge. Shot out. Come on, down up! Engage you from the west. Going low. Get on target. Engage you from the south-east. Get down! Get down! Ordinance received. Shot over. Shot out. Get out! Get out! Get out! Couch! In charge! Now, I got into the south-west. Now, I got a spoiler here. Get out of your mind. Get out of your mind! Get out of your mind. To south-west. Der andere Panzer jetzt nicht mitbekommen. Bisschen jetzt aufregend. Mal gucken, was da noch so passiert. Bei der hat er seinen Turmau nach vorne gerichtet. Muss nochmal bearbeitet werden. Im Großen und Ganzen sieht das aber okayig aus. Wir werden die beiden Kampfpanzer hier mal nachziehen. Es gibt uns dann die Möglichkeit die Bradleys nachzuholen. Und diese dann bald auf das Objective anzusetzen. Wir kriegen ja vorher noch Artillerie-Support und die Helis müssen wir dann auch nochmal bestellen und und und. Da müssen wir also zusehen. Dann fahren wir den. hier vor. Der ist bockt. Okay. Mal gucken, ob der sich da freigefahren kriegt. mit ihm hier. Oh. Vielleicht nicht ganz so schlau. Das ist ausgerechnet das HQ von unserer Taskforce. mit ihm möchte ich mal den Kontakt hier untersuchen. Bevor wir dann weiter pushen. Weiter pushen. Wobei was heißt weiter pushen. Der push ist ja damit dann jetzt zu Ende. Wir haben quasi unsere End-of-Operation allein erreicht. Mehr oder weniger. und ich denke hier sollte ja noch nicht mehr allzu viel passieren. Wir werden jetzt, ich gebe die Befehle hier erstmal grob. Wir werden die nochmal bearbeiten gegebenenfalls. Aber wir sollten jetzt hier eigentlich an dem Punkt sein, wo wir sagen, okay, da sitzen wir dann ab. Und dann ist gut. Hier sind wir noch nicht fertig mit Aufsitzen. Die Zeit haben wir noch. Den lassen wir noch ein paar mal ins Erdgeschoss hämmern, weil ich würde da gerne einen Zugang schaffen. Von dieser Seite in das Objective noch zusätzlich reinkommen. Und dann ist das, glaube ich, im Großen und Ganzen gut. Wir werden nochmal hier in den Turm reinschippern. Unsere Bradleys. Für anderthalb Minuten. Denn es kann sein, dass auch aus dem Turm das Feuer kam. Er kann da nicht drauf zielen. Steht soweit. Okay. Vielleicht ein Bäumchen im Weg. Reverse. Wir wissen natürlich nicht, wo die feindlichen Einheiten sind, die uns da angelasert haben. Aber wir werden hier den Humvee, die Trupps bringen wir vor, werden hier einfach mal reingehen. Vielleicht können wir uns hier sogar vorsichtig zum Turm durcharbeiten und von dort aus aufklären. Kampfpanzer ist auf dem Weg. Das passt. So, Team. Sind ja auch keine Aufklärer mehr, ne? Das ist ja alles nur noch Port-Units. Okay. Wer sonst wäre da irgendwie noch ein Scout-Team gehabt hätten, dann wäre das vielleicht noch interessant. Die haben wir hier drüben. Plätze haben wir hier frei drei. Unser ATGM-Trupp nach. Und ihr könnt langsam darüber warcheln. Die restlichen Kräfte einziehen. Also noch Aufklärer. Vielleicht bringen wir die noch auf die andere Seite, wenn das Ganze am Ende überhaupt noch so lange läuft. Who knows. So. Würde ich sagen, lassen wir erstmal so laufen. Sehen zu, dass sie hier fertig aufsetzen. Da haben wir noch genug Zeit, wenn man das Ganze entspannt. Und dann gehen wir das Ziel hier drüben an. Und schauen einfach mal, was sich da noch bemerkbar macht. Dosenklauge bis bis es ist! Auf Wiedersehen. Here it comes! Here it comes! Let's have allure in center focus! I have to do this, I can't do it! I can't do it! Schuss Untertitelung des ZDF, 2020 Das war doch ein schönes Ende. Wir sehen das hier, der gute Robert. Das hier drüben ist Reddy. Reddy sieht ihn nicht. Robert aber hat hier den feindlichen T90 gesehen, ihm hier auch schön eine in die Flanke geballert. Ah, da ging Ast rein durch und danach war dann auch nichts mehr zu hören. Zerstört ist er wohl noch nicht. Mal gucken, wird dann wohl im nächsten Zuge passieren. Also der ist hin. Ah, hat er gut gemacht. Robert, minus eins, aber als Veteran. Wir haben immer noch das Problem hier, das versuchen wir aber noch in den Griff zu kriegen. Eventuell im Zweifelsfall hier mit den Boy Scouts. Aber ansonsten sind wir hier auf guter Linie nach vorne. Sind nicht so weiter angelasert worden. Von uns brennt nichts. Unsere Infanterie hier ist aufgesessen, ist also ready to roll. Und hier vorne nähern sich unsere Fahrzeuge auch. Dazu sind auch hier die Jungs aufgesessen. Also beim nächsten Mal können wir dann, denke ich, den Angang hier auf Object Tiger vorbereiten. Und dann letztendlich das Ziel angehen. Und ich denke, Object Bear können wir zumindest auch vorbereiten in dem Zuge. Für heute allerdings war es das. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich sehr freuen, wenn ihr reinschaut bei der nächsten Folge. Oder vielleicht am Wochenende bei Command Modern Operations. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und sagt wie immer bis denn dann. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, drückt die Glocke. Und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch. Und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.